Und mit einer mysteriösen Begrüßung zurück zu Aiko direkt nach der nächsten Folge. Wirklich nur eine Sekunde dazwischen. Das letzte Mal haben wir ein bisschen Fortschritt gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem Speicherpunkt, von da kommen wir her. Ich könnte jetzt backtracken und den Speicherpunkt benutzen, allerdings sehe ich da sofern keinen Sinn. Also benutze ich die Methode, die uns die Spieleentwickler gegeben haben, und zwar einfach mal weitergehen. Klingt nach einer guten Methode. Okay, ich schaue mich hier mal so ein bisschen um. Vielleicht habe ich ja doch einen Speicherplatz übersehen. Ich weiß nicht, das Spiel schafft es grau und gleichzeitig farbig zu sein. Ich habe eine Treppe gefunden. Die Farben sind auf jeden Fall um einiges besser ohne den HDMI-Splitter. Also den HDCP-Stripper. Und da ist der Ausgang. Und zu dem wollen wir. Zu diesem Ausgang. Schöne, lange Brücke. Erinnert mich an die Leiter aus hier, ne? Versteht ihr, was ich meine? So. Bitte lasst da irgendwo ein Speicherpunkt sein. Und... Ah, scheiße. Kopfschmerzenbegräne. Au, 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 au. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Okay, die Order. Gott sei Dank. Sieht nach Zwischensequenz aus. Ach. Was ist... Achso, das war Alkohol. Häää! Ich habe ein neues Weapon. Neue Weapon, bitte. Ein Stück her. Das heißt, Feuerrätsel. Ah, okay. Äh, ja, okay. Das geht auch. Ich habe meinen Speicherpunkt gefunden. Hey. Was? Nein, 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 nein. What the fuck? Es ist schon wieder ein Boss. Äh. Nein, 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 nein. Raus auf meinen Kopf. Raus auf meinen Kopf. Raus auf meinen Kopf. Diese Schattenkreatur. Nein. Raus auf meinen Kopf. Raus auf meinen Kopf. Ich zerstöre euch mal, bevor ihr euch zu etwas Größerem kombiniert. Ja, das könnt ihr auch. Habe ich herausgefunden. Ne, kommst du runter? Kommst du runter? Ja, ne? Ne, hier kriegst du einen Stock. Ne, Fangstöckchen. 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 Wie sehr ich mir jetzt einen Bogen wünschen würde. Fangstöckchen. Und das war's. Okay. Das war's. Kommstöckchen. Kommst du mit? Speichern. Okay. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn? Speichern, 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 speichern. Ich sollte vielleicht mal die Festplatte aus der... aus der Playstation austauschen, weil das ist nicht mehr die jüngste, muss ich dazu sagen. Ost-Area. Arena. 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 Scheiße. Dieses Wort gefällt mir gar nicht. Ost-Area. Ist das echt eine Arena? Wieso bin ich da hochgegangen? Äh. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Batman. Okay. Was ist das? Ich kann mich schon mal nicht daran festhalten. Schade. Ich will dich auf jeden Fall haben, Schwert. Das klingt so ein bisschen verlockend. Okay, was ist das? Das ist irgendwas, wo man nachher oder jetzt gleich durchkommt. Und das ist etwas, was ich mit dem Schwert dann wahrscheinlich durchhören muss oder so. Oder was ich jetzt noch nicht durchbekomme. Ja, bekomme ich nicht durch. Aber wie komme ich an das Schwert? Was ist denn das hier? Okay. Hier komme ich nicht hin. Sonst irgendwelche Hilfestellungen. Hier sind Stöcker, will heißen, das hier wird irgendwas mit Fackelrätseln zu tun haben. Good old Zelda-Style. Ich höre hier auch irgendwo Fackeln. Wo? Keine Ahnung. Aber ich höre Fackeln. Da oben höre ich ein Feuer. Hm. Hm, hm. Ich bin mir sicher, das muss ich irgendwie durchfackeln. Aber in die komme ich nicht. Also. Ähm. Ach, was ist denn das? Kein Feuer. Auf jeden Fall sind hier Stöcker. Und diese Stöcker, diese Stickies, verraten mir, dass hier irgendwas sein muss, was Stöcke verbraucht. Ich könnte auch nochmal die Kletter-Methode versuchen. Okay, das hier könnte ich theoretisch durchbrennen, beziehungsweise durchschneiden. Das stören unsichtbare Wände. Hm. Ja, soweit ist klar, ne? Da oben ist Feuer. Wir wollen das Feuer. Aber was hast du damit auf sich? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Okay. Hamsterrad? Anyone? Gib mir mal Tipps, Jorda. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da hoch will. Mit Jorda. Ja. 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 Vielleicht hat's doch irgendwas damit auf sich, dass hier irgendwas ist. Okay. Kann verdammt gut balancieren, Junge. Mhm. Okay. 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 Das muss man erst mal mitbekommen. Das muss man erst mal sehen. Wie Gott's dem New Weapon. Please. So. Shine bright like a diamond. Okay. Da ist ein Zaun. Da ist eine Leiter. Da ist eine Treppe. Ähm. Da ist ganz viel Rundung, auf die ich nicht sollte. Wahrscheinlich. Und wo? Und wo? Und wo? Und wo? Okay. Was bist du? Du blinkst so cool. Und wo? Wenn du blinkst, dann hast du bestimmt irgendwas mit Jorda zu tun. Ähm. Uh. Er läuft mit zum Good Agent Architecture. Okay. Ähm. Nein. Böse, 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 böse. Aber war logisch. War logisch. Ich möchte irgendwo hin, wo es mehr Licht hat, bitte. Und du lässt sie in Ruhe. Okay. Licht, 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 Licht. Du lässt sie bitte wieder in Ruhe. Danke. Und Spinni, 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 Spinni. Und du? Du, 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 du. Geh bitte nicht auf den Schatten, Jorda. Oh, noch einer. Nicht gut. Nicht gut. Nicht. Hügt nicht. So. Du magst es zu trollen, oder? Oh nein. Wieder so ein Vieh. Goddammit. Die Motherfucker. Die Motherfucker. So. Ähm. Meine Vermutung. Trololo. Ich bin nicht so weit von dir weg. Okay. Du hast entweder Angst vor mir, oder du bist einfach nur Strohdumm. Oder beides. Ich tippe mal auf beides. Und Strohdumm. Ähm. Kommen sie mal her. Ja. Sind sie tot? Sie sind tot. Die Musik ist zu Ende. Okay. Oh. Äh. Nein. Das wollte ich nicht. Okay. Jetzt wollte ich das vielleicht doch. Yay. Ah. Fackelrätsel. Düdudududududududu. Gute Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So. Wenn jetzt nochmal Gegner kommen. Kriegen sie eins auf den Deckel. So. Wo waren die Leute? Hier. Ich sehe halt so gut wie gar nichts. Es ist zu dunkel. So. Ich habe zu röde genannt. Iglu. Eine dünkle, dünkle, dünkle. So. Jedenfalls. 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 Sind wir jetzt schon mal einen Schritt der Lösung weiter? Schritt näher an der Lösung. Nochmal umschauen. Ähm. Ja. Definitiv. Ähm. Ja. Kannst du da klettern? Nein. Hm. Ich will da nicht raus, ehrlich gesagt. Weil ich damit bestimmten Gamebreaker mache. So. Zumindest will ich da dann nicht ohne Ja daraus. Auf jeden Fall haben wir Feuer. Das ist schon mal gut. Ich gehe mal speichern und beende dann glaube ich die Folge. Ganz spontan so. Okay. Einmal speichern. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee zu speichern. Speichern? Habe ich schon nicht wehens? Speichern? Speichern. Speichern? Mein Kaffee ist leer. Ich brauche noch einen Kaffee. Du Ostarena. Gehen wir einfach nochmal über den Kran. Überschreiben die Ostarena. Okay. Die Aufnahmesession ist eigentlich von Fortschritt geprägt. Gefällt mir sehr gut. Und ich möchte gleich zum Titelbildschirm beenden. Ähm. Ich möchte da auch mal sagen. Ich hoffe euch hat diese Folge so weit gefallen. Falls ja. Könnt ihr immer wieder gerne kommentieren. Ihr könnt immer wieder gerne abonnieren. Und ihr könnt immer wieder gerne bewerten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.